Wer schafft es, die höhere Wand hochzulaufen? Parkour-Athlet oder Ninja-Warrior? Wir haben erstmal mit der 3-Meter-Wand angefangen und weil das für uns beide recht easy war, haben wir direkt mit der nächsthöheren Wand weitergemacht. Die Wand ist jetzt zwar schon 3,60 Meter hoch, aber es war trotzdem noch kein Problem für uns, wir haben es beide hinbekommen. Für das nächste Level mussten wir diesen Kasten drauf stapeln, aber auch damit war es noch keine große Schwierigkeit für mich, auch nicht für Adrian, wie sich hier unschwer erkennen lässt. Deswegen haben wir noch einen weiteren Kasten gebraucht, um die Wand auf 4,20 Meter zu erhöhen. Damit war es dann schon etwas schwieriger, aber ich habe es trotzdem hinbekommen und auch Adrian war noch nicht an seinem Limit. Jetzt ist die Wand einfach schon das 2,5-fache meiner Körpergröße. Deswegen wurde es auch langsam echt grenzwertig. Wir haben es beide nicht beim ersten Versuch geschafft, aber letztendlich haben wir es trotzdem noch irgendwie hinbekommen, da hochzukommen. Beim nächsten Level war es dann tatsächlich für mich, aber auch für Adrian vorbei. Wie hoch wärt ihr gekommen?